Hey an alle, sobald ihr wisst da draußen und willkommen zu Zombie Wins Episode 5 und diesmal haben wir einen Clip von The Last Dog Count, ich muss gleich wieder sagen, Theodore Buck, aufgepasst, links unten wird Juggernaut nicht angezeigt, er hat aber Juggernaut, ich habe ihn extra gefragt, ob er es ohne Juggernaut gemacht hat, aber selbst er hat es ohne gemacht, es wäre unreal, weil er hatte mehr als 2 Hits bekommen und wäre ja eigentlich down, egal, starten wir mal den Clip, er spielt ja auf Town Grief, ist zwar nur Runde 9, aber trotzdem ist es ziemlich awesome, wird hier von den Zombies in der Ecke getrappt und killt die alle mit den Knuckles noch, und ihr seht ja schon den gesunden, das ist kein Juggernaut Zeichen und das müssen wir nochmal in der Slow-Mo angucken, da ist ziemlich knapp war, er muss hier, gut, er hat auch nicht die beste Waffe dabei, SMR, deswegen muss er auf den Knuckles zurückgreifen, killt ihn den ersten, den zweiten Zombie, den dritten noch, es kommen immer mehr, es kommen immer mehr, killt er den vierten, den fünften und den sechsten noch, den Rest, äh, ignoriere hier, der Rest noch daneben steht, ich weiß nicht, ob er die anderen Teammates dann auch wieder reifen konnte, mehr war in diesem Clip nicht zu sehen, wäre dann noch, boah, so mal gewesen, aber naja, wenn ihr solche Clips einsetzen wollt, dann nächst die Beschreibung, dort steht, wo man das machen kann, und man sieht sich natürlich wie immer, im nächsten Video, ciao!